72 Quadratmeter für 410 Euro Miete, das ist eigentlich völlig in Ordnung. Aber dann nur ein Duschbad? Eigentlich hätte ich ja schon lieber eine Badewanne. Aber da steht ja auch noch irgendwas von Nebenkosten, Heizkosten und auch noch Kaution. Bei den ganzen Kosten verliert man ja echt den Überblick. Erste eigene Bude? Verloren in einem Mehrausfragen? Ein Kompass wäre gut. Ein Kompass Zukunft wäre noch besser. Ein Kompass. Ein Kompass. Ein Kompass. Ein Kompass.